ein freundes guten tag hallo ich muss euch alle herzlich zur zweiten folge vom royal youtuber beef in dem schönen spiel castle crushers ich muss mich ein bisschen beeilen bei 20 sekunden und auch bis zu 17 sekunden an meiner seite habe ich einmal den heiko von der let's play fb hallo leidu cornelius drag den ja leck mich und einmal den naschlau guten tag gut wir spielen jedenfalls hier castle crushers und das den schönen arena modus im nahkampf und der einzige der noch ready drücken müsste wäre heiko ja ja ich muss hier gerade meine liste anlegen genau ich bin halt nicht so ja ich bin nicht so mainstream ja du bist einfach kacke ja genau gut in diesem spiel spielen arena im nahkampf wer drei spiele gewonnen hat der ist der sieger rang folge passiert wieder wie immer und ich hoffe ihr habt viel spaß beim zusehen wie wir uns alle aufs maul hauen wir machen alles in einem einer aufnahme naja und du kriegst mein smiley ab nein Aua! Böser Grüder. Okay, da ist weit und breit ferner. Dann treibst du mich von hinten an! Ah, was ist das? Aua! Das ist geil. Aua, lass mich doch mal rum! Ne, meine Smileys! Da kommen die Smileys! Lass mich in Ruhe! Ich hau ab! Bisschen verfehlt! Egal! Das ist dann witzig, dass ich quasi wegfliegen kann. Nein! Der ist eigentlich früh! Aua! 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 Also ich würde behaupten, Haikon kann noch am meisten leben. Wir sollten auf Haikon gehen. Also sinnvoll wäre es eigentlich, wenn wir West rausfokussen, weil der ist am schnellsten tot. Nein! Hier dieser Fokus immer, Leute. Schrecklich, gell? Der einzigste, der fokussen darf, finde ich. Aaaaah! Nein! Bei diesen ganzen Effekten, da wird man ganz schnell zu leben, wo man eigentlich ist. Ja, das ist... Nein! Jawoll! Jawoll! Da war dein wilder Furz, ey! Ja, genau. Aua! Von hier muss sowieso noch Rache an dir üben. Für die Aktion mit meinem fetten König. Nein! Gut, ich bin schon mal raus. Mal gucken, wer jetzt die erste Runde noch gewinnt. Nein! Würde man noch behaupten, dass Haikon noch die meisten IP hat? Ne, ne, ne. Ich glaube, es ist Naschlapp und der ist grün. Ja, oder Naschlapp. Oh, Naschlapp hat doch die meisten Punkte, ne? Achso, es gibt auch Punkte, warum sagt mir das keiner? Ja, nein, er meint das andere. Der hat drei Punkte schon. Und soll ich was überwiegen? Nein! Ich glaube, würde ich nicht so oft in irgendwelche komischen Sachen reinhüpfen, wäre das auch einfacher. Lass mal danach mal Charakter-Change, ich bin mein roten Lichtwärm, das kann ich nicht. Wieso? So groß. Na, der hat andere Magie. Ja, der hat Blitzschaden. Nein! Ey, blau kannst ich damit mal aufhören. Es macht so viel Spaß. Und jetzt hat Naschlapp die meisten HP, also die leichten Naschlapp-Gokussen. Wäre sinnvoll, ne? Oh, nein! Das Gestein! Nein! Jawoll! Das war das! Nein, so knapp! Da kam er wieder. Okay, Naschlapp hat den ersten Sieg errungen. Also, Naschlapp ist Platz 1. Das war BCHN. Achso, so geht's. Warte, stopp, 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 wir wollten kurz Charakter-Change. Ich sorsich will mein Charakter-Change werden. Ach komm. Ich finde mein Charakter toll. Höeh! Hey, macht er jetzt nen großen Zirkus drum. Ja, ich finde mein Charakter kacke. arnach. Das ist doch scheißegal. Du kannst die selben Fähigkeit wie wir auch. Boah, ich redere dir meinen Gifty. Mein Gifty. Ich nehme den weißen, white power. Ar upfront wir wieder beim Thema. Das hat sag documentary. Das hatten wir neulich erst. Ich bin der weiße Ritter, was kann ich denn dafür? Ich sag nur Hashtag Pferd. Oh, da ist die Kavallerie. Ah, wird mein Smiley zu spüren bekommen. Ah, du! Und? Was passiert da? Ah, dieser... Oh, der war asozial. Okay, nicht so asozial wie mein Smiley, aber asozial. Der Smiley füllt einfach nur das scheiß Bild. Ja und? Das geht, auch du Nuss. Ja, eben sag ich doch, total asozial. Ey, das kann nie es. Friss mein Smiley. Ich war nicht. Ich hab keine Lust mehr. Ich hab jetzt schon. Weg, wen ihr wisst. Danke. Friss ein Smiley, los. Nein! Ich mein, die Nussaurier. Nein! Eigentlich müssen wir immer noch den Grünen rausnehmen. Der hat schon einen Punkt. Oh, seid mal ruhig da drüben, die Männer. Wir sollten mal den Grauen rausnehmen, den gehen wir zu sehr auf den Sack. Herzgeschwahl. Oh ja. Aua, das ist voll untere. Stamm, 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 stamm. Ah, was machst'n du? Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein, nein! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Gehst du schon auf? Hey, hey. Man muss mal seitenschauen. Nein! Nein, hör damit auf! Du mit deinen scheiß Smiley! Tod von oben! Niemand kann so ... Ich habe nicht diesen Drecksdiener nicht! Ja! Ich bin echt kein Freund vom Fokussen, gell, aber ein Naschlampe. Der macht das, was ich am Anfang gemacht habe, das gefällt mir gar nicht. Nein! Mein Dinosaurier, vergiss es! Boah, ich bin jetzt fast am Arsch! Zack, du bist noch! Nein! Nein! Boah ey, mit deinen komischen Laseraugen! Tja! Typ, was geht mit dir? Ist das Cyclops oder was? Ah, die Smileys machen gar keinen Schaden, sondern nur die Blöcke da. Autsch! Die zeigen nur an, dass du diesen Angriff gemacht hast. Wer nicht? Ja, ja, ja. Das ist ja hier bei mir dieses grüne Puder. Dieses Blocks-Ding da. Nein, den kann man ja nicht hüpfen! Nein, was ist das für eine Scheiße? Oh oh, der Alko ist fast am Arsch! Ja, ich weiß. Aber der Naschlapp auch. Das bedeutet... Aber Cornelius ist am Dominaten! Das war jetzt überhaupt nicht gefokust, aber... Ja, der Naschlapp geht kaputt aufs Maul! Ich komm nochmal wieder! Ich gormel wieder! Nein! Nein! Ich weiß nicht! So. Wieso wird es eigentlich gegen Ende immer so furchtbar still? Ich weiß nicht, weil ihr euch auch konzentrieren seid oder so. Stimmt! Und, na schlapp ist da auch nicht. Mal gucken, wer kriegt den zweiten Punkt. Nein! Aber beziehungsweise den ersten Punkt dann für die Weili genau hoch. Nein! Also das sieht eigentlich gut noch für Cornelius aus. Ja, so ein bisschen, ne? Nein! 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 Ich mein Dinosaurier! Der mit mir! Nein! Geil! Geh ich von meinem Dinosaurier runter? Das ist meiner! Danke! Nein! Nein! Ich glaube, der Dinosaurier ist so eine halbe Todesfalle. Nein! Meine Smilies sind toll. Los, kommen wir jetzt hier mit deinen Smilies! Das ist das Einzige, was von Eis kippen ich nicht kippen. Nein! Was? Gib ihm, gib ihm! Nein! Ja! Nein! Du hast ihn fast, du hast ihn fast! Nein! Ein Stoß, ein Grill! Gib ihm! Wo? Die Smilie Bomber! Die funktioniert nicht auf die Distanz! Kann ich nicht, dass du's verlieren! Komm, Heiko, du schaffst es! Nein! Ja, aber er hat den Dinosaurier! Nein! Der hat den Druck! Der bietet sich so an! Enttäuscht uns nicht, Heiko! Enttäuscht uns nicht! Setz mich halt unter Druck! Nein! Heiko, du schaffst es! Ja, ich will auch mal! Und hier ist unser letzter Platz bleiben! Nein! Sorry, Leute! Hure Enttäuschung hier! Also wer ist denn? Wollen wir mal wieder letzter? Dann Naschnapp! Dann Heiko! Dann komm jetzt! Ja, ich weiß! Der Naschnapp und äh... Und hier ist jetzt jetzt erster Platz! Ja! Wuuu! Warum bin ich eigentlich immer zweiter? Das kotzt mich echt an! Also ich seh das! Ich bin jetzt als erstes raus! Danke! Ein Naschnapp! Nein! Ich suchier! Scheiße! Ich komm mit dem X-Pro-Control nicht klar! Ah nein! Bombenangriff! 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 Du musst meinen Dinosaurier hin! Ohne dich hab ich doch keine Chance! Ich hau ab! Bombenangriff! Nein! Bombenangriff! Nein! Bombenangriff! Hör auf damit! Bombenangriff! Der hat gesessen! Autsch! Komm malangriff! Ey Leute! Komm malangriff! Kann sein dass... Boing! 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 Das waren die Bomben von heute Mittag! Das war klar! Autsch! Wir hatten da so kassiert! War das jetzt auch fucksvoll! Nein! Lass mich in Ruhe! Nein! Ich lass dich jetzt nicht in Ruhe! Dieser Fokus, Leute! Ihr Fokus, Leute! Das war geil! Wir fokust weder! Die Fokus niemanden! Ja! Bombenangriff! Bombenangriff! Es darf damit! Na schlaps hat auch keinen Sinn! Wir schlagen aneinander vorbei! Autsch! Hier! Bombenangriff! Das gibt's doch nicht! Bombenangriff! What the fuck! Autsch! Hast du mich grad tatsächlich ins Feuer reingeworfen? Ja, hab ich! Autsch! Wow! Boah! Hat er grad einen Diamanten fallen lassen? Geld, Geld, Geld! Wo bin ich? Da bin ich! Aua! Autsch! 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 Nein! Lass mich zu! Stefan, mein Bombenangriff! Bombenangriff! Boah! Die Bomben sind ein bisschen OP, oder? Nein! Das ist raus! Bombenangriff! Komm mal gut! Bombenangriff! Kein krasslapp aus! Bombenangriff! Aua! Oh! Komm! Der Bombenangriff! Bombenangriff! Smileyies! Bombenangriff! Aua! Mach ja! Lass mich in Ruhe! Ist das geil! Nein! Nein! Aua! Lass mich in Ruhe! Aua! Nein! Ich brauche meinen Bombenangriff! 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 Füllt das Aschen ab! Der darf mich schon wieder gewinnen! Nee, das wäre echt asozial! Das ist schon wieder! Mein letzter Sieg war eine Runde vorbei! Ich rede ja noch von der Echo Vampires! Soll! Danke Heiko, du hast mich umgebracht! Scheiße! Sorry! Zweiter Sieg! Nee! Was denn jetzt? Gut, ich glaube jetzt steht er fest auf wen wir rauf gehen werden, nicht wahr? Ja, ja, ja! Wir müssen auf jeden Fall erstmal grün rausgegnen! Alle! Auf! Nachschlapp! Wieso bin ich erstmal Zweiter? Ich weiß drei Runden hintereinander Zweiter! Hält das auch, wenn ich jetzt gewinne? Was machen wir eigentlich für eine Zweite? Ich glaube, wir geben es in jedem Fall einen Kunde bei deinen Punkt! So! Dreisole, lass mich gewinnen, dann haben wir zwei Schritte! Nein! Quatsch! Bombenangriff! Boah! Nein! Nein! Eigentlich sollte er ja Cornelius verlieren, ich meine, der hat angefangen mit dem Pferdzeug! Aufmangriff! Komm! Nein! 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 Pferd! Äh, nicht Pferd, Dino! Nein! Lass mich gerückt! Nein! Lass mich schon Ruhe! Nein! Stumpf! Nein! Stumpf! Stumpf! Stopf! Nein! Hält mir! Gegen was oder wem? Wieso klopf ich mich eigentlich? Aaaaaaaaaaah! Viel Spaß mit meinem Bombenangriff! Autsch! Nein! Nein! Ich hab gar nicht erst vom Dino runtergeholen, das bin ich dir glücklich. Bombenangriff! Bombenangriff! Nein! Autsch! Ich bin der Bombenleger. Ich bin nur noch ein Bart. Aaaaaaah! Bensig Bart! Nein! Ich hab die Folge Fokus. Nein! Bombenangriff! Nein! Bombenangriff! Spangen die Schiss ab, die von... für Cornelius gedacht sind wir. Hier! Bombenangriff! Nein! Bombenangriff! Ich fahr jetzt einfach bis irgendwer es wagt auf diesen Dino zu hüpfen. Bensig Bart! Ah, wir reden! Nein! 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 Aua! Na schnapp! Hör damit auf! Und zwar jetzt! Nein! Ey, Cornelius! Misch dich da jetzt nicht ein! Hör damit! Nein! Na scheiße! Nein! Ich hab das vergessen gehabt! Nein! Ich fäll mich schon wieder raus! Nein! Nein! Hier! Krieg ne Bombe! Nein! Ich fäll mich schon wieder raus! Ja! Ich hab dich geköpft! Ja! Ja! Ich hab dich geköpft! Ja! 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 Ich hab dich schon rufen! Wir sind alle Bomben, unsere OP! Wir sind alle Bomben, unsere OP! Ihr seid doch so zwei läppiger Weicheier! Nein! Habt ihr schon bei H5-Eirs gezeigt! Hahaha! Ich kann jetzt! Ich glaub damit in der nächste Runde! Ja genau! Du bist schnell als unfair! Ich hab auch meinen geilen Dino! Ich hab auch meinen geilen Dino! Das hast du da gemacht! Es ist Skill! Jetzt richte ihn! Los! Mach ihn fertig! Nein! Du hast mir eine HP gezogen! Was soll das? Das ist ja für keine Berechtigung! Ich glaub... Alko braucht erstmal wieder ein bisschen Kampflopfen! Denn wir würd ihn glaub ich gut tun! Jaja! Aber es ist ja standard stark! Weil jetzt Freitag hätt ich gesagt! Kein Ding! Bäm! Nein! Ich hab jetzt die Reihenfolge mir nicht gemerkt! Das ist doch nicht letzter Platz! Das gibt's doch gar nicht! Cornilles! Doch! Bei Roller! Best Heiko! So! Hält mich für meinen Lüschchen noch dankbar sein! Alle haben so einen rechteckigen Kopf! Außer Heiko! Der hat einen viereckigen! Ja! Bombengriff! Ja! Viereckig ist streng genommen auch! Aber... Bauer! Ah! Katzen! Ja! Wir haben eher so eine ründliche Form! Der von einem... Über der Raute! Bombengriff! Jetzt fängt er schwer damit an! Nein! Nein! Aber so! Der Schuss ist voll unfair! Ich weiß! Dafür sind deine Bomben total unfair! Nein, die ist fair! Nein, sind sie nicht! Nein! Du hast mich gegründet! Haaa! 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 Wo bin ich? Ihr seid alle gegränkt von meinem Gift! Ich glaub wir haben zu wenig Smilies auf der Karte gehabt! Ich glaub wir haben zu wenig Smilies auf der Karte gehabt! Ich glaub wir haben zu wenig Smilies auf der Karte gehabt! Nein! Nein! Das mach ich jetzt! Ich werd jetzt so glücklich in den Bomben holen! Ich guck jetzt gar nicht mehr wohin! Ich sterbe! Ja ich schieße jetzt nur noch Smilies across the map! Einfach nur weil es die Stimmung ein bisschen auflockert! Das war grad eben so total scheiße was wir grad gemacht haben! Bombenangriff! Hier Bombenangriff! Wo? Bombenangriff! Aaaa! Hier ist Bomben! Ich hab mir das mit Smilies! Ich hasse dich! Lass mich! Ich geh die mir alle so ein bisschen auf den Sack! Wenn ich ehrlich bin! Wenn ich bin doch noch freundlich! Ich verbreite nur Freude! Smilies! Smilies! Ich wär mal ne Bomben! Ah frag ihr denn! Scheiß Eis! Ich weiß, wir sollten es nicht gegenseitig zusammenhauen! Ach im Stoß! Toll! Ich werd letzter Platz für sowas von in diesem Spiel! Ich hasse es! Der kam von 7 Zeit lang nicht so schlecht! Damals mit Tane, Reno und Nils! Und da haben wir auch mit unseren Helden gespielt! Ja! Irgendwie ich hab mein... Ja! Wahrscheinlich ist der dann gespielt! Und der ist einfach nur kacke! Der war... Ne! Alle sind nicht gleich! Aber... Dein Held da war wesentlich... Der ist halt... Hey Leute! Lass mich von der Katze weg! Ja und... In der nächsten Runde wird dann... Der Cornelius 2 haben! Und was dann? Willst du es darauf ankommen lassen? Ja! Willst du Cornelius den Sieg lassen? Nein! Aber ich... Ich hab da nicht... Ich hab da nicht... Ich hab da nicht die Chance... Einfluss zu machen! Es ist doch mal hart und schwer gerade! Du hast doch am meisten Leben, Kameraden! Oh! Nur mit deinem Eis! Nein! Das ist mein Smiley! Der immer noch nichts bringt, aber trotzdem... Der sieht cool aus! Und jetzt... Na dann... Dann könntest du mich jetzt auch unserem Kollegen hier zur Katze schicken lassen! Könnt ihr mich nicht vergiften zwischendrin! Nein! 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 Kornilis hat noch relativ viel Leben. Ja, das gefällt mir gar nicht. Mir auch nicht. Ah, fuck. Kraschnab ist tot. Komm Heiku, du schaffst es. Bring ihn um, bring ihn um! Versack dich schon wieder! Man, ich hab immer so viel Leben gehabt. Scheiße! Ich bin immer noch nicht verflanz, ich bin so deprimiert. Ich bin das scheiße, das sieht nicht gut aus für mich. Es ist wie viel Siege, machen wir noch mal. 3. Wer zuerst raus? Heiko und ich haben jetzt Matchball. Psst, sag das doch nicht. Das war jetzt taktisch echt total unkrieg. Soll ich uns das nach Arbeit gehen? Die ganze Zeit. Haha, wo war's denn? Heiko, vielleicht sollen wir uns immer die beiden anderen... Ja, hier hab ich mir auch schon überlegt. Vielleicht so ein bisschen... ...bisschen Fokus. Der mag es nicht besonders. Friss mal die doch! Nein! Hier, kriegst du mal eine Bombe! Hier, kriegst du mal eine Bombe! Nein! Der West hat schon wieder so viel Leben, das gefällt mir gar nicht. Nein, was machst du da West? Das war's, tut mir leid! Nein! Hier, kriegst du eine Bombe! Ich kriegst du Smiley! Hey! Hey! Nein, lass mich in Ruhe! Nein, du bist an der Schlacht! Das ist eine Bombe! Jetzt komm, die Runde geht sowas von an West. Außer wir fokussen ihn jetzt natürlich! Nein! 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 Ich bin ein berittener Dino-Reiter! Nein! Ein berittener Dino-Reiter! Oh nein! Ja! Ich bin ein berittener Dino-Reiter! Ich bin ein berittener Bogenschütze! Auf die beruflichsten Wunsch! Ah! Ah! Hier, komm ne Bombe! Hier, kriegst du noch ne Bombe! Ah! Meiner! Aua! Schade, dass deine Bombe dich nicht treffen! Hier, kriegst du noch ne Bombe! Nein! Scheiße! Ah! Ah! Das ist ne Bombe! Hier! Das ist ne Bombe! Ah! Die hat getroffen! Ah! Nein! 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 Auf damit! West, jetzt hängt es von dir ab! Töten! Du musst beide töten! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Nein! 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 Ich akzeptiere keine Niederlage! Halt dich einfach raus und lass dich kämpfen! Ja! Sie ist dabei! Aber ich glaube... Wenn der tot ist, kann er gegen dich nur gewinnen! Ich kriegst ne Bombe! Lass mich hier hoch! Ist das ne Bombe? Wir haben einen relativ guten Counter gegen Wests Bombe. Ich kann einfach so einen kleinen Jump machen, dass wenn er seine Bombe hat... Ah! Okay, gut! Machen wir die ganze Zeit! Wir springen wie die Klausel! Ja eben! Machen wir ein! Lass mich! Das ist so extrem arschlauchmäßig! Bei dir ist es doch auch nicht besser mit deinem scheiß allen Vieren! Ja, das ist wirklich cool! Das ist richtig gemein gewesen! Dagegen hast du einfach kaum ne Chance! Weil du einfach echt die Zeit lang gefreeßt bist! Ja! Mein Gift macht Schaden über Zeit! Das gleitet dann halt irgendwo wieder aus! Autsch! Lass mich hoch! Heiko, der hat's auf dich abgesehen! Ja, ich weiß! Ja, dann kriegt der ja auch seinen Sieg! Von daher... Ja, aber erst musst du Naschlapp sterben! Wenn West stirbt und dann ich, dann hat Naschlapp gewonnen! Wisst ihr wie ich mein? Ich mein, dass selbe gilt von Naschlapp und mich, aber trotzdem! Boah! Die war alsozial! Wir leiden alle unter dem gleichen Problem! Dreck! Was ist ne Bombe? Hier kriegst du noch ne Bombe! Wie du einfach umgekippt bist! Nein! Ich kann grad nicht! Ich hab grad nen Lag bei mir! Ich auch! Standbild? Standbild? Ich hab extra das so angelegt, dass... Mann! Das gibt's doch nicht! West! 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 Los! Hau ihn weg! 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 Hier! Boah! Frist für Schweile! Leck! Leck! Ist einer von euch auf dem Desktop? Kann das sein? Nein! Toll! Jetzt grad wo ich am gewinnen bin! Wo du mal am gewinnen bist! Genau! Leute! Ranscht! Oh oh! Hahahaha! Ah nein 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 nein! Wie sich wegen 9 AP feiert! Hahaha! Ist unglaublich! Du kannst du was du willst! Du kannst versuchen was du willst! Du schild hältst auf! Jetzt komm endlich her du kleine Männer! Die Mann! Weißt du hast mein Leben und ein Dino! Jetzt hast du kein Dino mehr! Aber dafür Bomben! Hahahaha! Ja jetzt dann nachschlapp den Dino! Ja aber der kann auch nur! Der kann jetzt nicht mehr zaubern! Ah! Lass mich! Hier kriegst du die Bombe! Die Bombe! Oh! Oh die tat weh! Der hat gesessen! Nein! 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 Wir haben den Sieger! Aber immerhin bin ich nicht letzter geworden! Ja wir haben immerhin eindeutiges Ranking! 3-2-1-0 Siege! Ja weißt du ich würd sagen bald kommt das Pferdchen doch zu dir! Verdammte Kacke! Ui! Jo! Hier treibt mein Puls nach ganz oben Leute! Das ist nicht mehr lustig! Aber Naschlapp! Ich will jetzt nicht sagen dass du zweimal gewonnen hast! Ich hab's aber gewonnen ja! Aber wir hatten noch ein paar mehr Spiele auf Lager! Also Leute! Nächste Runde auf jeden Fall gegen Naschlapp! Ja definitiv! Full Fokus! Boah ey! Ihr seid solche Reudigen! Das passt ja beim nächsten Spiel auch! Das geht ja! Ja! Wunderbar! Wisst ihr was? Beim nächsten Spiel stell ich mich da schön zu auf! Ich mach den Weg! Soll ich alle kaputt! Ähm! Wo hab ich meinen Stift? Ja ich hab mir schon aufgeschrieben! In HCW! Ja ne ich wollte nicht nur Naschlapp aufschreiben sondern im allgemeinen! Warte! Naschlapp musste jetzt 6 Punkte haben! Ich hab 3! Cornelius hat jetzt 3! Und Heiko hat 2! Ne! Cornelius ist jetzt dritter! Moment! Und Heiko ist zweiter! Das heißt... Heiko ist zweiter! Ja ich hab insgesamt... Ja ich hab jetzt zweiter! 1 Punkte! Ich hab 3 Punkte! Ne ne! 2 Punkte! 3! Ja 2 plus den einen von vorher! 6, 3! Ok wir sind dann auf gleicher Ebene! Und der Cornelius hat 1! Yay! Juhu! Also zweiter Platz teilen ich und Heiko! Ok! Ok! Also Cornelius ich würde immer noch behaupten du trägst die Maske! Aber es ist ok! Leute ich hab es natürlich gefallen und freut euch auf die nächste Folge! Wenn wir hier weitermachen! Sollen wir es schon ankündigen? Welches Spiel? Ne ne? Ne! Das wird geheim! Top Secret! Genau! Top Secret! Jedenfalls wir werden sie jedenfalls Cornelius... Ach Quatsch! Naschlapp ein bisschen anpimmeln! Ja! Das ist ja jetzt das Hauptproblem hier! Ja! Auf jeden Fall! Der darf nicht mehr gewinnen! Guck mal das Ding ist doch! Es geht doch eher darum wer nicht die Maske trägt und da haben wir doch einige mehr die da in eine Bedrohung gekommen! Ich bin ja weit vorne! Nein! Du bist als erstes dran! Ja ja! Und dann eventuell der der die Maske trägt! Gut! Hat noch einer was von euch zu sagen? Nö! Hat Spaß gemacht! Ja! Auf jeden Fall! Und Leute ich hab es euch gefallen! Bis zum nächsten Mal! Ciao Leute! Tschüss!